hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge auf der mic map mit dem leo heiner wie geht's hier leo oder was gibt es neues was gibt es zu berichten gar nichts tatsächlich tatsächlich bin ich ich bin ich weiß nicht bin enttäuscht enttäuscht das ist aber nicht ja ich weiß nicht der 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 new holland ja der standardmäßige ja irgendwie mag er mag er mich heute diese woche nicht beziehungsweise ist diese diese letzte episode nicht so viel shit passiert am anfang wahnsinn wahnsinn ich glaube ich war die ersten 25 minuten der folge nur am fluchen oder ist nicht gut ja das das ist richtig das ist gar nicht gut sogar nicht am ersten punkt bitte hier weiter machen okay sonst noch etwas zu sagen irgendwas wunderbares weil sonst gehe ich jetzt in meine folge machen du bist ja so ein häcksel experte mittlerweile hast du da irgendwie die möglichkeit gefunden jemanden die langsamer macht beim durchfahren des silos mein deutsch meint nämlich mit 40 20 30 40 kmh fahren zu müssen und das ist irgendwie nicht sinnlos tatsächlich weiß ich jetzt gerade nicht du musst nur gucken bei den geschwindigkeiten ich glaube mach mal die geschwindigkeiten runter aber bei wende manöver und bei noch irgendwas was ist mit dir mein wow das fängt sich gar nicht mehr deswegen hier mach mal das mikro ein bisschen weiter weg warum das ist ein bisschen laut sehr viel leo kann der schlechter machen nee aber nur ein bisschen ansonsten ich weiß jetzt wirklich nicht wie ich dir sonst helfen kann ich hab mich auch durchgetrickst wie man so schön sagt ich koppel das jetzt abgucken was passiert dann gibt es natürlich um ja ach dieses ich habe noch ich habe eine frage leo hast du fällt 83 und 85 gesehen ja okay das habe ich gar nicht gesehen habe ich letzte folge erst herausgefunden dass sie mir gehören okay nicht schlecht nicht schlecht könnt ihr sagen mir grenzen nicht mehr aber dann weißt du was noch mal aber ist nicht verstanden jetzt ist nicht schlimm ist wirklich nicht schön hast du felder verkauft nein kann man felder verkaufen ja was kann man nicht kann man doch leo hast keine felder verkauft man das ist wäre aber armselig warum wäre das armselig ach du hast felder verkauft okay alles gut das wollte ich damit herausfinden nein ich habe keine das ist das ist das ist das eine thema was ich gesagt habe was ich dir vielleicht verschweigen wollte aber ehrlich gesagt ist mir das so wumper mittlerweile alles also wir haben es nie beredet e facto haben wir es nie gesagt dass es nicht möglich ist eben eben deswegen wäre das ohne probleme möglich vor allem dieses feld diese zwei felder da unten die absolut pointless sind ja da du keine geräte hast um das zu bearbeiten ich kann das nicht verkaufen ich wüsste nicht wie ich es im feld verkaufen sollte ich steig mal aus dem fahrzeug aus ja bin ich dann drückt mal die rechte steuerungstaste ja dann hast du unten rechts steht bei mir eingabe ja und damit kannst du mit freil hoch und freil unter also bild hoch bild runter kannst du zwischen den feldern hin und verschalten und damit kannst du die die vorhandenen felder kannst du damit verkaufen bzw auch so kaufen und wie verkaufe ich das sind einfach drauf drücken auf auf eingabe dann oder was genau gut da weiß ich jetzt machen muss danke bitte bitte alter schwede gut ist mir dann an ich glaube das bringt dann auch einiges was in drei hängers namen leo ich glaube du hast da sehr viel zu tun ich wünsche viel spaß oh das ist natürlich eine geile sache also ohne witz ne weil die felder und die sind komplett flawless da kaufe ich mir lieber hier oben noch ein zwei stück am hof bevor ich die unten bewirtschaften wir gucken jetzt gleich mal was das den bringt ich muss nur zuerst den hier los schicken damit das bitte damit das rät in sich dreht dann einfach auf dem 80.000 nice nice as shit dass wir jetzt hier muss hier eine strecke machen muss hier kurze strecke zusammen basteln und dann geht das gleich weiter versprochen das bringt es ja richtig weit nach vorne glaube ich da ihr könnt mich auch täuschen so wir haben auf der 24 gearbeitet bin ich der meinung haben wir denn einen kurs der 24 heißt stop it 24 ach guck an hm zu 24 das heißt wir haben kein kurs doch den habe ich dann lassen wir den erst mal dahin fahren und du sagst mir wenn du da bist was machst du da du fährst den abtanken nice du wartest doch mal auf den hänger du fährst erst hoch ach du schande das dauert ja auch ewig du fährst auch erst hoch mein gott das dauert ja wirklich ewig du könntest aber derweilen schon wieder zum häcksler fahren tatsächlich wäre das keine so schlechte idee wir bauen uns noch mal den kurs zusammen das ist dann wo sorry das wäre dann 9 4 nee wir starten an der 64 64 zu 59 zack 59 zu ne zack dann haben wir wo war das hier das hier dann sind wir bei der hofmitte und dann brauchen wir die hofmitte zu 64 ne zu 59 zack und 59 zu 64 zack mit dem dem hier und richtig 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 äh speichern wir speichern den kurs ab unter komp für komplette kurse ne ähm mais f 64 das ist ein kompletter kurs ähm sil 2 speichern so du hast das erreicht nice das ist aber flott gegangen hier äh ok jetzt brauchen wir 9 kurs der ah der wäre schon richtig gewesen und zwar der schwart kurs den nehmen wir noch mal ähm ich würde sagen du machst das jetzt am besten mit der feldarbeit fälligst deinen ersten punkt an viel spaß und dann äh ja du sagst mir sowieso wenn du voll bist äh läuft ihr habt es drauf ja bei euch läuft das ich sehe das ähm du bist tatsächlich nicht mehr so weit weg ich komme nochmal ganz kurz hoch das läuft doch das passt ich muss den anderen kurs unbedingt einfahren gut das heißt wir brauchen jetzt nochmal den großen dicken den hier ähm der sollte uns nochmal runterfahren das wäre nicht das schlechteste das heißt ich bleibe ich lasse den kurs erstmal gespeichert überhol jetzt erstmal und dann gucken wir mal wir merken uns nochmal jetzt fällt 83 und 85 ich schreibe das ganz kurz drauf 83 85 läuft dann können wir dann gleich gucken ja die kann die kann weg die können definitiv weg genauso wie das Feld 94 also oder das Feld 94 gucken wir uns nochmal an aber die anderen zwei Felder das war ja das ja wirklich also was ist das Feld 32 da ist doch noch ein Feld ne da können wir uns auch mal gucken angucken was das für ein Feld ist auch nicht so geil wahrscheinlich naja wir gucken uns das an ähm haben wir jetzt noch genau genau wir haben jetzt noch einen Trecker am Förderband der wird gleich nochmal hochgeschickt die Sehmaschine holen jetzt doch ja ich weiß äh der war schon mal oben aber naja ihr wisst ja warum das so die Kommis wissen Kommis dann können wir auf alle Fälle ja nice freue mich schon drauf da freue ich mich schon drauf so und hier muss unbedingt nochmal Zeug nachgefüllt werden so das machen wir jetzt noch fertig das sollte eigentlich alles Platz haben wenn ich das so richtig gerechnet habe und dann gehst du einfach nochmal verkaufen weil dann haben wir nochmal ein bisschen was gemacht mit dem Kompost gut das freut mich wirklich sehr so wir sind leer bisschen was von dem Förderband okay 88% ist vollkommen okay äh wir fahren jetzt nicht hier rein sondern wir fahren hier rein es wäre ja ich lass die jetzt mal häxeln die uns ich lass die jetzt erstmal häxeln äh und werde dann gucken wie es aussieht äh weil jetzt wieder einen neuen Kurs anfahren ist einfach Packe der andere ist ein Laden von Stroh jawohl 37% perfekt der macht das irgendwas ist blockiert New Holland der ist blockiert das ist nicht gut das ist nicht gut liebe Leute so wir lassen jetzt nochmal hier runterdüsen ne weil das muss so so viel Spaß dann gucken wir gleich mal nach ach ich hab den Held ich bin ja auch ein Hoshi ne ich hab den Held extra nicht angemacht ha aber ich glaub das läuft jetzt besser tatsächlich ähm das ist nicht cool was du da machst so genau dich kann ich jetzt äh ablösen abkuppeln wie auch immer zack wir holen du fährst jetzt zum Händler weil du musst mir beim Händler ähm hab ich nicht hoch zum Händler hoch zum Händler doch hier zack äh wo fängt der Kurs an gottchen wie er ruhig weit weg hier na gut den müssen wir auch gleich machen aber ich glaube ich kann hier links abbiegen äh und da vorne ist dann schon der Kurs kann das äh zeig mir mal die Punkte jawohl da ist er schon der Akkostar äh muss entladen werden sehr schön du sagst mir wenn du da bist das wäre nett so du bist voll ne das wissen wir ja jetzt das wissen wir jetzt äh da kannst du erstmal wie viel hat er denn hier er hat nicht so viel es ist überschaubar entladen äh wir haben keine Kurs gemacht von der 24 hier hoch ne wir könnten aber den Kurs von der 23 nehmen 23 lass mal lass mal jetzt ganz kurz nochmal überlegen ne lass uns jetzt erstmal einen Kurs bauen äh ne wir machen jetzt anders wir machen jetzt den 23er Kurs 23 ah den hier den lassen wir nochmal machen und wenn du da bist dann sagst du Bescheid das ist die falsche Richtung Herr Kollege ne das ist die falsche Richtung genau ah du fängst nicht du fängst sie am nächsten Weg und dann zählst sie davon ha sehr gut ihr zwei habt es nicht so drauf ne das habe ich schon gesehen das läuft nicht so bei euch ihr seid kein eingespieltes Team so ich kann derweil ähm ich kann derweil gucken tatsächlich äh was das mit den Feldern auf sich hat das hier und zwar ein bisschen hoch auf Feld 83 na 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 oh und 85 jo das machen wir auf alle Fälle ey das kommt weg 83 äh weg nice und 85 weg haben wir irgendwelche Geldprobleme ich glaube nicht ich glaube einfach nicht so ähm weg damit wir brauchen äh hab ich ne ist ne Motte-Maschine drin ich glaube nicht ja die Sulky aber das ist halt nja braucht halt was direkt zartgedöns ne weil wir müssen vorankommen wir müssen vorankommen 180 PS äh direkt zart perfekt kaufen wir nice ey das ist ja wirklich hat ja wirklich sehr gut funktioniert jetzt man muss es ja wirklich so sagen und dem das restliche Geld ist die Frage was wir mit dem restlichen Geld jetzt machen ähm das ist echt die Frage was wir auch mit dem restlichen Geld hoppla kann ich mir mal die Punkte ansehen ah hier wir haben jetzt noch 170.000 ne 170.000 das wäre ja richtig geil was ist eigentlich auf dem Moment mal äh mag schon sein dass ich jetzt vielleicht ein Buman bin ne aber was ist auf der 94 drauf da ist irgendwas drauf was gibt denn das weil ich ich mache mich jetzt wirklich zum Buman das weiß ich aber äh nobody cares 94 kann ich kann auch weg ohne Witz das braucht kein Mensch ich finde die Option geil dass man das so machen kann finde ich wirklich cool ähm was ist auf der 35 drauf das Problem ist halt dass die ganzen Felder so weit weg sind ich verkaufe dir 35 jetzt auch und kaufe mir irgendwas am Hof das wäre das ist einfach lukrativer viel lukrativer weil ich fahre nicht von Ponsus zu Pelados wenn ich die Felder wenn ich reife Felder vor meiner Haustür habe das macht man nicht ja guck an Feld 35 kann weg wir haben sehr viel Geld ähm Geld kommt aber auch gleich wieder weg weil ähm was wollte ich mit dir jetzt eigentlich machen äh tatsächlich wollte ich das nochmal in den Komposter werfen ne fahr nochmal zurück das wollte ich in den Komposter ich wollte mir auf alle Fälle die zwei Felder hier vorne kaufen eins und zwei wenn das finanziell ausreicht wenn das weil das glaube ich kann auch spielentscheidend sein das kann auf alle Fälle spielentscheidend sein so das kommt noch mal in den Komposter damit der weiter arbeitet damit produziert wird ähm boah ich weiß gerade nicht was ich noch alles auf einmal machen soll wir machen jetzt gleich einen wunderschönen Fuß für den ne für den für den Deutz hier oder soll man was anderes machen das wäre natürlich auch nicht so schlecht hm 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 geht das hier rein jo ähm lass mal ganz kurz aussteigen was sind das für Felder hier im Hof vorm Hof Feld 1 und 2 was anderes kann das nicht sein ähm runter ist jetzt egal wenn das Feld 200.000 kostet es ist ein mega Feld ja da habt ihr schon wieder ne äh Feld 2 ist riesengroß ähm ist aber natürlich auch richtig geil weil das Feld 2 ist einfach mega wir sagen jetzt einfach mal Feld 2 ähm ich muss mir das nochmal überlegen ich muss mir das echt überlegen weil ach ach das ist so ne ich weiß es nicht ich bin ja ich bin ja gern ich bin ein Freund von von viel Geld ne und ich glaube es wäre vernünftiger in die Kühe zu investieren ist ein Gefühl ist einfach ein Gefühl ich glaube es ist so schwer zu sagen es ist echt schwer zu sagen liebe Leute äh 24 läuft es da eigentlich mit den mit den Häckselgeist oh das hat ja nicht so funktioniert sagst du Häckselgut 76% achso wo bin ich denn hier eigentlich achso ich hätte ihm sagen müssen dass er warten soll wenn er da ist mhm das mit den Häckselgeist oh Moment mal wo ist denn der andere Typ eigentlich ach der kommt gerade wieder hoch das gab auch nochmal Geld ja gut ähm boah das sind jetzt schwierige das sind das sind echt schwierige Entscheidungen liebe Leute mein Vorschlag wäre Mix wieder kaufen und auf eine bestimmte Anzahl von Kühen aufstocken und das Geld das mit der Milch reinkommt ähm wenn ich das jetzt mache dann bringt mich der Leo um ich weiß es der haut mich windelweich aber ist egal es ist eine Challenge das ist sofort egal wie sonst nichts auf der Welt das machen wir einfach wisst ihr warum wisst ihr warum das tut das teilt sich jetzt einfach aus wir haben nämlich jetzt ich werde die Felder die ich jetzt habe ansehen besehen so weiter und so fort so und jetzt jetzt müsst ihr mal ganz kurz zuhören ähm ich werde den Mix Feeder kaufen weil der Mix Feeder ne kostet 120.000 wir haben dann immer noch Geld für Kühe mindestens pff weiß ich nicht weiß ich nicht sehr viel auf alle Fälle sehr viel und dann können wir Kühe machen ja das wird eine geile Sache Jungs Jungs das wird eine geile Sache wird das so jetzt lasse ich den jetzt nochmal ansehen äh ich werde das morgen machen ich werde morgen den Mix wieder kaufen und ich werde auf Kühe aufstocken so dass wir noch ein bisschen Polster haben aber ähm dann läuft das mir geht es nicht darum dass ich jetzt hier größere Maschinen kaufe das ist nicht das Ziel größere Maschinen ändern nichts an dem Kernproblem das wir haben ich meine das Feld wäre natürlich auch geil hier vorne aber wir haben mehr Felder wir haben Felder äh lass mal hier ganz kurz einstellen du musst jetzt Feldarbeit äh du musst Feld 5 äh wir haben eine Arbeitsbreite von weiß ich nicht kann ich euch nicht sagen weiß ich doch nicht auswendig bin ich bin ich ne mach zack zack vorgewände einmal zeig mal ahhh ne nochmal Nordwest so zweimal im Nachhinein das sieht besser aus du startest bitte am ersten Wegpunkt mach falsches Gerät für den Modus wollte ich mich für Hunde piepeln äh düngen und 10 verdammt okay so läuft läuft liebe Leute so du kannst jetzt nochmal hier ganz ganz fix den 24 groß reinnehmen Schwaden äh sagst immer dann wenn du fertig bist und dann läuft das auch wo zeige ich denn die Pfeile hin hier unten hin okay ähm der Plan steht liebe Leute ähm Mixfeeder 120.000 und dann noch andere wunderschöne Sachen Feldarbeit los sag wenn du fertig bist äh ist ja eh nicht egal äh Mixfeeder kaufen und noch Kühe kaufen und dann äh Mixfeeder befüllen wir haben alles da bis auf Silage die muss man dann erst machen ähm aber dann läuft das ich bin fertig für heute ich hab ich glaub wir haben sehr viel erreicht äh wenn es euch gefallen hat gerne Daumen noch oben lassen und wir sehen uns morgen wieder zu einer weiteren Folge auf der Micmap bis dahin habt noch einen schönen Tag macht's gut ciao dämm park´s See you im principles in mit